Lässt du durch Hallo Hong Kong und kämpßen. Mit meinen Füßen! Ich! G Guys! week on So, meine Augen werden wieder oben links- äh um die Rechtssehnte mode sein? Da heiße zwar was anderes, aber meine Augen werden halt ecken welchen? Boah, ich schieße den aber mal jetzt in den Himmel.. Ins den Himmel.. Wenn hier ein Hausbesitzer noch rauskommt, hallo. Hallo. El ist hier. Läuft, traupt euch aus. Nein, du hast eine Ausbildung auf. Jetzt ist es los. Das ist ja, so wollte ich sagen sagen. Das ist der zufrieden. Das ist der zufrieden. Wenn du diese Bucht исторisch geschleppt hast, schau dich an. Schau dich nicht. Ach, das ist ein Schirm. hier und doch ich glaube wir können euch ein besonderes angebot die dunklen mächte sind da hallo ich weiß es doch nicht kleine süchtige solche aber wie alt bin ich denn jetzt eigentlich alter richtig wir haben die spielstage 35 gegen jeder kämpfe in green schade steht da wieder auf euch beginnt eure reise mit dem ausdruck wenn wir eine neue regt wenn ich anhalten und es geht lieber nicht als okay dann folgen mir hier nehmen wir noch eins und jetzt folge mir das hier das scheint der rechte weg zu sein komisch diesen links ich habe ganz kurz auf die linie und siehst es so stärkepunkte müssen wir eigentlich Oh, das war jetzt nicht gebraucht. Nein! Oh, die müsst ihr jetzt nicht mehr leiden. Was ist los? Seit... ...hast du nicht geplant? Der macht schneller. Wir haben die Ewigzeit. Komm! Wo kommen wir hier nicht rein? Komm schon! Dann werden wir noch mal ein paar Eish-Hall. Mach doch mal langsamer! Ein paar Eish-Hall, oder wie der auch immer heißt, reden. Sehen mal fragen, was das Ganze hier soll. Oh! Wie süß seid ihr denn? Ihr seid in der Handloch, du! Oh! 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 Der Händler! Oder der ist hinter uns! Ich werde euch nicht gedacht! Oh, ich will ihn auch! Ich euch auch, sorry! Ja! Ja! Wuuu! 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 Toe! Wuuu! 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 Ja, kann das Seifel haben, sagen wir mal, wieder weg? Ja. So, mitkommen. Also, dem ist halt, ob ihr gegen Wespen verliert. Hallo. Tschüss. Rufsbaum. Ja, und dann möchte ich noch mal mit dem Baum sprechen, wahrscheinlich. Wir sind da, und ich habe keinen 1. Das ist Gold. Wow, 300. Warum kann man das nicht tun? Oh, ich kann mal fischen. Wir sind da, und wir sind da, und wir sind da. Wir sind da, und wir sind da, und wir sind da, und wir sind da. Hallo. 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 Upsi. Mannschaften schließen. Kann wir das nicht schon? Der verfulte Apfel. Hallo. Ein warmer hier? Vielleicht rücken bei seinen Äpfeln Na nun, wo ist der warmer? Ah, in der Gilde wartet eine wichtige Christkarte auf euch. Kann ich aber wenigstens dann nicht mehr raus? Wollen wir nicht? Wollen wir ihn? Wieso? Ist hier denn zu? Wer hat die zugetragen? Na ja, dann reißen wir zuweil weiter. So, wo gehen wir? Einmal gehen nach Oakville, bitte. Ach, wir haben noch ein bisschen Miete hier. Wenn wir jetzt hier schon Mieter einkassieren könnten, können wir doch eigentlich auch noch mal zur Hubküste. Vielleicht haben wir da auch schon Mieter. Ja, wir können nur sehr freie Bewegung, bis zu kurz. Ja, was macht der Quiz passiert? Weiß ich nicht. Ist das ein Spiel auf einmal zu Ende? Ja, ich habe das Spiel zum Beispiel mehrere Male durchgespielt. Und alles, was ich weiß. Und alles, was ich weiß. Und alles, was ich weiß. Und alles, was ich weiß, ist, dass ihr nur eine Quiz die letztes ist. Aber welche hier ist es? Weiß ich auch nicht. Miete ist schon wieder da. Was ich weiß, was ich weiß. Lass ich mal was machen. Hier einmal das Schloss knacken. Mal schauen. Was passiert. Ob hier jemand leben mag? Oder nicht. Ist der hier? Oder etwas? Und so ist die Situation da. Was ist das? Das ist ein Steuerknüppel. Kann man damit eine Turm steuern? Ja, wie viele Silber Schlüssel haben hat er denn ein? Gegenstände andere hätten das wahrscheinlich dann sein. Zählenschlüssel ambo. Typ Schlüssel 8. Ich werde mir dann mal eine Liste raussuchen. Das heißt, wo die Schatztipps noch versteckt sind. Die Silber Schlüssel versteckt sind. Was kann denn noch versteckt sein? Welche Boxkämpfe wir noch machen müssen? Äh, die Wort. Alter, seht mich denn da und hier. ich bin ich glaube wir können euch ein besonderes angebot ist der großkug meister großpferd, meister groß axt, meister groß hammer meister gulden diese seltenen waffen wurden in mehrsagen geschichten die huck ihr seid die huck war hier nicht der gemischbahnladen wo habt ihr den gesteckt soll ich so nichts anzugehen aber das war doch der gemisch schnackt verkaufen gegenstände andere die socken mit freundschaften schließen wo habt ihr den gesteckt folge mir wir sind entzündet verfolgt mir jetzt ernsthaft alter verfolgt wo können wir denn noch hingehen wo können die ganzen lindel noch sein immer zählen dort machen wir dann erstmal ein poesie mit ich sage ich das nicht schon seit 20 minuten ich will es hier auch nochmal gespeichert ich glaube es hat ich habe eine questkarte von eurer mutter ich bin im kartenraum wirklich zauber die und bei gerufen was ist das eigentlich ein rei verband hat euch gebieten in ihrer einer händel da kann man festzusitzen ich glaube wir können euch ein besonderes angebot das ist ein besonderes angebot die platten stiefel ganz an so ein thema wenn ich für die e-mails kann Kann ich bei dir denn vielleicht auch eine Verstärkung anbieten? Mehr kann ich. Hier in der Seeanzeige. Gib dir gleich Rabauke. Ah, in der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf euch. Äh, das ist der Zellenschüssel hier. Weiß nicht, was ich mit der noch mal schritt soll. Ah, aber weißt du jetzt warum? Wir gehen mal in die Bild-Gibliothek. Wir gehen in die Bild-Gibliothek. Und, äh, ja. Ich finde mal ein bisschen nichts Interessantes, weil... Wir lieben nichts Interessantes. Ach, wir finden jetzt diese... Äh, was ist mit Droide? Er ist doch nicht Droide. Ich bin doch Ranger. Oder? Die Arena. Ich bin wieder zurück. Wir finden uns eigentlich alle die noch mal, die wir vergeben haben, glaube ich. Wir sind noch drei Plätze frei. Das wird wohl noch alles geschehen. Naja. An der Stelle würde ich da mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann hoffentlich mit einer kleinen Liste, wo sie noch Silberschlüssel und Scharps-Katztipps verbergen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Schönes Wochenende. Was auch immer. Vielleicht noch einen schönen Montag. Ich weiß nicht, wann diese Folge auch online kommen. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bis dahin, euer Ranger. Bis bald. Kommt sich gerne über protectoren. Auf nach dem!!! diezmal Monsters. Tschüss. Na.